So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde, äh, ranked auf meinem End-Account, wir spielen wieder Adi-Carry und zwar spiele ich heute Ash mit einer Leona auf der Bot-Lane, äh, wir beide sind Diamond, äh, Aatrox Top-Lane ist auch Diamond Maokai hingegen wieder Gold, also ihr merkt schon, ist immer noch echt sehr weird und unser I-Am-Fresh-Typ ist noch nicht connected Ich frage mich jetzt gerade, ne, das kann eigentlich nicht sein, oder? Okay, der ist auch Diamond, also entweder ist der Maokai ein Smurf oder der hat einfach nur hohe MMR gehabt diese Season schon Ähm, ich frage mich jetzt gerade, ob der Typ Autofilled wurde auf die Mid-Lane, aber das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Wird man als Support-Main Autofilled? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, ähm, ja, die Gegner haben wieder ein sehr ätzendes Team, ne, Shen, Yasuo, Ivern Machen wir uns nichts vor, das wird super der Krebs, ähm, ich hoffe, dass wir Bot-Lane irgendwas reißen können, dass der Brand nicht gut ins Game kommt Ähm, die beiden sind auf jeden Fall Pre-Made, das ist schon mal nicht so geil Und wir haben kein Pre-Made, glaube ich, oder? Naja, mal gucken, werden wir ja sehen, wie es klar geht, ähm, auf jeden Fall sind wir mit dem, äh, Win jetzt in der Promo Das heißt, falls wir das Game gewinnen sollten, werden wir, äh, in die Promo kommen Und ich hatte schon drei Promos Richtung Platin 3, ne, das war richtig ätzend Also, die letzten Promos waren alle irgendwie, naja, ne, mäh, ziemlich mäh Ging nix rein, äh, wir haben echt schlechte Teammates gehabt oder halt auch selber mal Scheiße gespielt, ne, kommt ja auch mal vor Ähm, und dementsprechend war das echt immer ein bisschen, äh, Mau Die Syndra hat aber auch wieder einen Rechner, ey Gameboy Gameboy 9000 Ich muss sagen, seitdem, äh, Chantau mir gesagt hat, dass er auch in letzter Zeit wieder mehr Ashe spielt, spiele ich auch gerne wieder Ashe Mh Ich finde, in manchen Setups ist die einfach super geil Allein schon, weil du einen Opener hast, ne, weil du mit deinem Arrow einen ziemlich guten Opener hast Und weil du auch so generell auf der Lane eigentlich ziemlich stark bist mit deinem Poke von dem W-Spell Ich hoffe, dass der Alva nicht Botlane campt Wir haben auch noch einen ungünstigen Start eigentlich, oder? Ich weiß gar nicht, was besser wäre Wobei ich glaube, dass es sogar besser ist, wenn man Blueside ist gegen Ivan Ist eigentlich egal Solange wir uns nicht ganken lassen von dem Knecht Ivan ist sehr merkwürdig, der Champion Ich weiß nicht Ich habe immer das Gefühl, dass der eigentlich gar kein Damage baut Aber trotzdem, äh, Damage macht, ohne Ende Also der baut immer diese Shield-Up-Items, ne, wie, äh, wie heißt das hier? Dieses, äh, Redemption und, was baut er noch? Was baut er denn noch? Redemption und Arden's Sensor oder sowas, ne? Auf jeden Fall, solche Items baut er die ganze Zeit und Mikael's, ne? Und ist einfach ultra-strong trotzdem, ne? Ich meine, Mikael, äh, äh, Redemption Gibt ja, äh, ziemlich viel Leben Ich weiß gar nicht, ob es Mikael's war Irgendwas war es auf jeden Fall Wodurch er auch nochmal ziemlich viel AP bekommen hat Und der Grundschaden von dem Held ist einfach so hoch Und vor allem der Schlimmste da dran ist das Schild, ne? Das Schild ist einfach so fies Ich glaub, die beiden sind Pre-Made, kann das sein? Der hat seinen E-Geskill, der Shen, das ist nicht gut auf der Lane Der wird auf jeden Fall richtig leiden Der wird richtig leiden, der Boy Gut, wir können eigentlich auf die Lane gehen Äh, Yasuo ist übrigens Mitte Und wir haben eine Syndra im Team, ne? Der Press-R-Button Press-R-Button-Champ Hab ich ja letztes Mal drüber geredet, ne? Dass, äh, Syndra-Spieler gibt, die, äh, ab und zu den AP-Wert einfach einen AD-Carry töten sofort, 100-0 Egal, ob du was dagegen machen willst Hä? Okay, das ist echt merkwürdig Wie war's? May they count? All right Information will set them free Okay, Clown Fierster Lane. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal auf mich weht. Das war ein bisschen my bad. Gebe ich zu. Nice. What? Nicht getroffen? Ich glaube, in Level 1 hätte ich sogar mehr gerissen, wenn ich mein Q gehabt hätte. Ich glaube, ich hätte mehr machen können mit dem Q. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich glaube schon, ich hätte mehr reißen können mit Q. Dann positionieren wir uns mal so hin, dass wir eine Salve treffen. Nice. Der Whisper von Brandt hat einfach so eine unnormale Range, ey. Wir sollten nicht so greedy sein, ey. We should be not that greedy, mate. Ja, das war richtig dumm. Junge, der hat mich gestunnt. Okay, gemutet. Ich mute den direkt instant, bevor der mich tiltet. Ja, ich hätte da nicht greenen sollen. Das war richtig dumm von mir. Auch richtig dumm von der Leona, dass die da für alles gehen will. Ich meine, was soll ich machen? Ich kann nur auto-attacken. Und wenn der Brandt mich halt stunt, dann stunt er mich halt. Ich habe keine Summoners ab. Ich kann den Q vor dem nicht flashen. Da muss er mich nicht für blamen. Das ist halt maximal behindert. Also, das ist wieder diese klassische, äh, klassische Solo-Cube da, ne? Alleine dahingehend sind schon die Botlane, ist die Botlane von denen schon wieder uns überlegen, ne? Weil die haben kein, äh, random, äh, keine random Botlane, ne? Die werden sich nie flamen. Die werden sich wirklich niemals flamen. Das ist halt schon der Vorteil, ne? Die werden sich auf keinen Fall flamen. Ich glaube, der, der Yasur ist auch schon tilted, das fuck. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich sehe den nicht. Ich sehe den Brandt. Aber ich sehe Twitch nicht. Der ist doch, inwürdig ist der Spaß, die. Oder? Ist der echt noch back? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich wüsste. Der hat back gehen sollen. Ah, ich bin tot. Kann man nichts gegen machen. Ah, ich hätte back gehen sollen. Ey. Scheiße, Mann. Diese dumme Nutte, ey. Wirklich. Boah, das hasse ich. Das hasse ich an Twitch, ey. Wenn der early kills kriegt. Dann hast du einfach diesen Vorteil mit diesem, mit diesem ultra starken BF-Sword. Und dann fickst du den einfach instant weg, weil du inwürst gehst, ey. Und seitdem der inwürst 10 Stunden hält, ne? Der hält einfach blöd 1 10 Sekunden, ne? Ah. Ja, das ist halt ein Hurensohn wieder, ne? Der Typ geht halt nicht mehr Botlane und geht jetzt lieber auf anderen Lanes, weil er einmal gestorben ist mit mir auf der Lane. Das ist halt richtig dumm, ne? Das ist halt richtig dumm, einfach nur. Da hast du schon wieder richtig Bock drauf. Guckt euch das an, ne? Eine Kombo von Brand. Eine. Alter, wirklich. Diese Botlane von denen, ne? Die wollen es echt wissen. Der wird wieder inwürst sein. Boah, ich weiß nicht, wo der ist, ey. Es ist so scheiße, ich kann halt nie nach vorne gehen, ne? Weil ich halt komplett alleine auf der Lane bin. Also solche Leute könnt ihr mal safe reporten, Leute. Da braucht ihr gar keine Skrupel haben. Weil Leute, die nach einem Tod direkt tilted sind und einfach die Lane verlassen, sind einfach Untermenschen. So, die gehören einfach gebannt. So, wirklich safe. Weil die machen dem AD Carry das Leben noch schwerer. Das heißt, wenn ich jetzt noch mehr reinfeede, ne? Dann werden die noch mehr flamen. Und ich kann nicht mal was dafür, weil die zu zweit sind. Die sind einfach ein fucking Duo-Premate. Und ich bin alleine. Ich bin alleine auf der Lane, weil der Typ direkt tiltet ist, Alter. Das ist halt echt traurig, Mann. Wie wenig da bei manchen ausreicht, damit die komplett reintilten, ne? Das ist echt schlimm. Ich hab echt Glück gehabt, dass ich da gerade schon überlebt hab, ne? Hätte der seinen Stung getroffen, wäre ich schon wieder direkt inseln gestorben. Boah, guckt euch das an, obwohl der da Chilt bekommen hat, ne? Oh, der geht jetzt Spotlight. Die Botlane kommt jetzt. Auf Wiedersehen, Syndra. Tja, ich würde sagen, get fucked. Leona ist richtig useful, Alter. Leona ist richtig useful, Mann. Auf der Lane könnten wir die halt so ficken, ne? Aber er will halt lieber trollen. Ist halt echt traurig. An ally hat been slain. Das war's. Ja, die kommen bot Hm, wer kommt doch nicht bot Uff Ja, wir haben den Kill bekommen Aber ich musste wieder flashen Ja, Twitch macht halt schon tons of damage Ich verstehe das nicht Wenn die auf der Lane geblieben wären, könnten wir die so auseinander nehmen Das ist so schade So schade, dass das nicht macht Ähm Hm Das ist halt richtig kacke jetzt Ich hab keine Ahnung, was ich kaufen soll, ehrlich gesagt Na, ist das scheiße, ey Ich muss halt jetzt Sensory überbauen, ne Das hat mir gerade gelegen Kommt mir gerade sehr gelegen Die haben Infernal gemacht Der Dings ist noch nicht so strong, der, äh, Alvern Das Gute ist, dass der Yasuo wahrscheinlich echt schon relativ tiltet ist Wir müssen nur ein bisschen aufpassen auf den, den, äh, auf den Twitch Was das für Spassys sind, oder? Was das für dumme Spassys sind, Alter, wirklich Wie hart die das abusen, dass mich die Leona einfach trollt, ne Die stehen einfach mit zwei Mann in dem scheiß Busch drin Ah, das sind richtige Das sind richtige Pfeifen, naja, wirklich Aber immerhin fiel dich nicht weiter rein, hier in der Land Twitch ist da Twitch hat 4-0 Könnt er vergessen, dass ich komme Kriegt gar nichts, wenn ich da hingehe Kann ich lieber hoffen, dass ich die Botlane durchpushen kann Ja, kann ich nicht outplayen Das ist unmöglich, du kannst den ja so nicht outplayen Das ist einfach nicht machbar Scheiße, jetzt hab ich kein Dings mehr, ne Kein Gold für BF Das ist so ätzend, ey, wirklich Das ist so ätzend, dass meine Leona einfach so ein dämlicher Hurensohn ist, ey, wirklich Oh, das ist so schade, ey Das macht mich auch ultra salty, weil der Typ einfach, der einfach refused to win Das ist einfach so traurig, ey, keine Ahnung Wir könnten die halt einfach zerstören auf der Botlane, aber er macht halt nix, alter 0-3 Yasuo, Strong Ash Witzig, echt Richtig witzig, der Aatrox Oh, muted Ich mute jetzt alle, ey Geht mir auf den Sack Geht mir richtig auf die Eier Also die machen ihr eigenes Spiel, ne Und haben Spaß in der Backen, ne Und ich werde von Anfang an seit Minute 1 getrollt, Alter Die können echt froh sein, ohne Witz Die können echt hart froh sein, dass ich nicht instant AFK gehe, ohne Scheiß Jeder andere Mensch wäre safe call AFK gegangen bei so nem Team Safe call, Alter Ich mein, ich werde von Minute 1 an getrollt und die flamen mich auch noch Und blamen mich, Alter Ohne Scheiß Und dann wundern sich Leute, wenn es echt Leute gibt, die AFK gehen Das ist echt ne Zumutung, mit so nem Team zu spielen Nicht mal, weil die schlecht sind, darum geht's nicht Aber das sind einfach menschliche Mülleimer, Alter, wirklich Äh, die, die Brand, ne Ich weiß ja nicht Hä Das hat mich halt niemals getroffen, ne Niemals Das hat mich halt niemals getroffen Also Safe call hat mich der Q-Spall niemals gehittet Hitbox wie ein Berggledger, Alter, wirklich Naja gut, wir gehen mal Wir gehen mal ein bisschen zurück Ich hab keinen Arrow Der Maokai tiltet auch komplett rein Äh, keine Ahnung 1-4 Gleich 1-5 Oh, doch nicht Oh, das war doch gar nicht mehr so bad Ey, das ist einfach so krass, ne Wie salzig mich einfach solche Leute machen, ey, wirklich Das ist auch egal, wie sehr ich mich dann aufs Gameplay konzentrieren will Das ist einfach nicht machbar Wenn du solche Leute hast, die dich seit Minute 1 antrollen Ist das so heftig Keine Ahnung Twitch wird halt kommen Die stehen einfach da 8 Minuten im Busch rum, anstatt einfach bot zu kommen Ja, es ist natürlich auf jeden Fall sinnvoller Lieber da eine Stunde im Busch zu stehen Als einfach ein Easy Kill auf der Botlane zu snacken Ich verstehe schon Alles, die ist tot Oh Mann, ey Ich meine, es war ja klar, dass hier Twitch kommt, ne Mir war das ja auch irgendwann klar Aber warum kommt die nicht einfach Botlane, Alter Ich verstehe es nicht Der steht da Ewigkeiten vorne in der Lane rum Und die stehen da einfach zu zweit Die beiden Premades stehen einfach zu zweit irgendwo in dem Busch rum Und campen da ab Obwohl nicht mal der Red Buff ab ist, gar nichts Das ist einfach so richtig retarded But I don't get it Und die sind einfach so richtig Und die sind einfach so richtig Hm. Oh nein, Minion. Ich finde auch immer noch, dass die Botlane von denen nicht unbedingt supergut spielt oder so. Es ist einfach nur der Fakt, dass wir einfach... Am Anfang haben wir einen Fehler gemacht. Haben einmal ge-greedet. Leona hat mich dafür geblamed. Und jetzt kann ich dafür, äh... Konnte ich dafür dann die nächsten 10 Minuten Botlane alleine spielen. Das ist halt... Nein, wir machen es so. Ich weiß, es ist nicht so geil, weil wir unsere Runans wieder skippen. Aber wir brauchen langsam auch mal Boots, Alter. Sonst haben wir echt gelitten irgendwann. Boah, der Slow von Ivan ist so heftig, Alter. Ah, der hat auch noch geflasht. Viel Spatman. Ja, ihr könnt mich so oft pingen, wie ihr wollt, ihr Holzköpfe. Ihr flayt mich die ganze Zeit und... Lasst mich die ganzen 10 Minuten alleine auf der Lane. Und jetzt wollt ihr, dass ich euch helfe? Hm. Am Arsch, Alter. Ihr könnt mich mal... Warum ist die nicht gemutet, die Leona? What the fuck, Alter? What the fuck, Alter? Mhm. Hm? Alter, mate. Bitte. Ich versteh halt immer nicht. Diese Cues von dem... Die wirken so... Unreal. Keine Ahnung. Die wirken so komisch, Alter. Als ob die mich gar nicht hitten würden. Lol. Weil der kann echt Daisy rumschmeißen? Ich bin ziemlich low. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der zu klug ist. Ich gebe ja. Ich bin ganz klar. Warum habe ich so FPS Drops? Warum habe ich so FPS Drops, Leute? Ich habe übel die FPS-Einbrüche auf einmal gehabt. Schon wieder? What the fuck? What the hell? Warum habe ich FPS-Einbrüche? Ich verstehe nicht, warum ich FPS-Props habe. Hä? Na, jetzt geht es wieder anscheinend. Hä? Ich habe immer noch... Ich habe immer noch FPS-Brüche. Was? Warum? Ich verstehe es nicht. Hier passiert doch gar nichts. Was zum Teufel ist mit meinem Rechner los, Alter? Auf Wiedersehen, Alter. Auf fucking Wiedersehen, ey. Ganz vergessen, ich surrender den Scheiß nicht. Da könnt ihr nochmal 100 Mal voten. Ich surrender das nicht. Ich habe immer noch FPS-Drobs und ich habe keine Ahnung, wieso. Das ist super merkwürdig, Alter. Ob das an OBS liegt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kriege ich einfach random auf einmal FPS-Einbrüche. Ich kann an meinem Rechner auch nicht mal feststellen, warum. Der hat nicht mal eine hohe CPU-Auslastung. Ich kriege einfach FPS-Drobs. 88 FPS habe ich teilweise nur. Was zum Teufel? Ich meine, ihr seht es ja selber, ne? Holy Shit, Alter. Und ich mache gar nichts. Nichts mache ich. Gar nichts. Und auf einmal kommen Low-FPS. Ich werde, wenn ich die Aufnahme ausmache, habe ich wieder ganz normale. Ja, da müssen wir jetzt so spielen. Ich weiß, die vielen Technik-Genies unter euch werden jetzt wieder denken, hö, 140 FPS oder 110, da ist doch kaum Unterschied. Aber wenn man einen 144-Hertz-Monitor hat, ist das nicht nur was anderes. Ah, der Twitch ist gefeadet. Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, wie die einfach, wie die einfach, manche Leute einfach den Spaß an dem Spiel komplett nehmen wollen. Das ist echt traurig. Das ist halt wirklich nur der Twitch, der so richtiges Biest ist, ne? Und der wird halt jetzt supported von dem scheiß Alvern, ne? Und auch der Yasuo macht halt trotzdem noch Damage. Tja, schade. 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 Da kann man nur sagen, Alter, das sind richtige Hurenzöhne, wirklich. Also da kann man echt Zollti werden. Weil die haben einfach von Minute 1 an, wollten die nicht mehr gewinnen. Die wollten wirklich nicht mehr gewinnen. Die Leona ist einmal gestorben, hat mich dafür geblamed und ist dann einfach von der Lane gegangen. Ich finde, solche Leute gehören einfach direkt gebannt, komplett aus dem Game. Die haben keinen Impact in diesem Game. Das sind einfach die übelsten Untermenschen. Die Typen, die wollen auch noch mich dafür reporten. Intentional Trolling. Leaving Blame. Das ist einfach richtig retarded, keine Ahnung. Die sind alle toxic as fuck. Blamen die ganze Zeit und keine Ahnung. Das ist einfach viel Spatman. Gut Leute, ich würde sagen, was wir heute, ne? Ich kann euch nicht mehr nur wieder einen Tipp geben. Du reportet solche Spastis auf jeden Fall komplett weg. Weil, ja, nur so kann man das Game besser machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auch rein.